Hey, da sind wir wieder. Hey. Das war das, das war das. Deckard. Oh, Moment. Zack. Das Witzige ist, das war nicht mein Internet. Ja. Das war nicht mein Internet. Das war OBS, das sich kurz aufgehangen hat. Warum auch immer. Oh, gib mir nochmal eine Sekunde. Äh. So. Ich muss mal kurz was einstellen, sonst habe ich kein Chat. Das wäre wirklich doof. Einen Moment. Aber im Moment. Das war nicht mein GitHub, ich muss mal kurz aufgehangen haben. Und das war nichts. Das war nicht mein Job. Und die darüber woanders. So, habt ihr mir alle genug auf den Arsch geklotzt? Das gibt's ja wohl nicht. Ich sehe da, hast du das gesehen? Hm? Hast du das gesehen? Wie sie mir alle auf den Podex geguckt haben? Podex? Ja. So, wie machen wir jetzt? Ich habe nur Scheiße und nur Mist auf der Hand. Gut, ich kann mich nur versuchen zu schützen. Okay. Mit zwei. Mit, ja, mit vier. Ah, die wäre zuerst cool gewesen. Habe ich aber nicht. Okay, aber Gellon, das ist doch schon mal nicht komplett daneben. Ja, aber ich kann wirklich kein Freeze, kein, 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 nicht mal deine Mutter. Okay. 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 Das war die für null. Du kannst eins verwunden. Ich kann eins töten. Ich kann eins töten. Warte mal. Ich wollte sagen, ein verwundetes, mitunter zehn kann dich töten. Hm. Excuse-moi. Na. Okay, was, wer greift mich alles an? Er greift mich an und er greift mich an. Ich kann den umbringen. Oder den eben, ja, ich würde den halt gerne umbringen, aber, oder den halt, bringen den unteren um. Alles gut. Ich mach den. Den hier. Ja. Aber du bist tot. Wieso bin ich, ach, weil es ein Rotten war. Weil es ein Rotten war. Ich hab vergessen, dass es ein Rotten war. Warum vergesse ich das? In letzter Zeit und ständig. Ja, du wolltest einfach mit dieser Qualstufe zwei sein lassen. Ja, die hat mir zuvor einfach zu viel Schaden gemacht. Das war kein guter Run, auch von meinen. Ich hatte, ich hab keine Ahnung, warum ich keine Angriffskarten gekriegt hab. Ich hab jetzt nach jeder Runde, hab ich nicht einmal eine Angriffskarte gekriegt. Versteh ich nicht. Versteh ich nicht. Wer macht mir denn noch Schaden? Ah, okay, ja, es ist tot. Den hab ich nicht reingekriegt? Nee, weil du weak hast. Nee, mit Frost. Achso. Ich hab was gedacht, den hab ich mit Frost reingekriegt. Nee, hast du nicht, aber er sieht sowieso schon prinzipiell ein bisschen brüstliger aus. Ja, ist egal, aber Frost ist Frost. Ach, ist doch ein Mist. Ist nicht so wild. Oh, legendär. Angriff. Durchbruch. Verursache Schaden in Höhe deines Blocks. Ah, in einem langen und schmalen Kegel. Das ist ja nice. So, dann mach ich mal ein neues Spiel. Äh, Charakter erstellen. Dann wieder den Krieger. Die Sonne fand ich eher jetzt so meh. Dafür, dass sie auch zwei Edelsteine kostet. Hm, weiß ich nicht. Die Sonne macht was? Dass immer, wenn ich Schaden krieg, ich nächste Runde ein mehr Mana hab. Achso, ja. Konstant ein mehr Mana, wär ganz cool. Konstant, ja. Ich mach mal Qualstufe 2. Guten Abend, Skyli. Guten Abend. Dann nimmst du auch rater wie ich. Ah, guck mal. Du kannst auch die Qualstufe miteinander kombinieren. Dann wird's noch qualiger. Ja. Also ich kann jetzt Gesundheitsversorgung machen. Und gleichzeitig, ähm, ich verlier 5 TP, wenn ich eine Belohnung überspringe. Ich mach das. Dann haben wir Qualstufe 3. Kannst du auch machen. Okay. Dann, warte mal, so was ich... Äh, wenn du willst, kannst du gerne mitmachen. Ja, wenn du Qualstufen hast. Hä, ich kann jetzt nicht, ich kann meine andere Qualstufe nicht anwenden. Okay. Ich kann nur die eine Qualstufe 2. Naja, oh Gott, jetzt. Also ich hab, äh, 1 und 2 hab ich gemacht. Ja, hab ich, ich kann... Ich hab, ich hab der 1, 2 und der 1, die kann ich nicht. Hm, warum auch immer. Okay. Aber nur 1 oder 2 gespielt. Ist doch egal, komm rein. Spiel, äh, spiel ein Rook. Geh einfach auf, ähm... Äh, du spielst, was du willst. Ich spiel da eben das andere. Das ist ja egal. Nein. Das ist jetzt das Problem über Chat. So. Darum machen wir das jetzt, äh, am besten so, du, äh, spielst einfach einen Rook, also den, den, die Schurken oder Schurken, wie auch immer. Und wenn du bereit bist, sagst du einfach über den Chat Bescheid. Und in dem Moment klicke ich dann auf Spielersuche. Und die Sierder könnte auch mal irgendwann meine Einladung einnehmen. Und du kannst aber auch gerne, wenn du willst, auf den Discord kommen. Wenn nicht, ist er auch okay. Wäre nur ratsam. Du hast wieder den Outfit von den Krieger. Okay. Es hat doch beim letzten Mal ganz gut geklappt. Ah, Moment. Ich hab's gleich. So. Dann hab ich dich da. Hier rauf. Nein. Wollen einladen. Achso, musst mal... Wenn du die Anfrage angenommen hast, können wir direkt starten. Nee, also eigentlich müsstest du nur auf, äh, Lobby-Suche machen. Und dann wirst du direkt zugewiesen. Aber jetzt hab ich dich ja eh schon in der Steam-Liste drin, ne? Oder was meinst du mit, wo muss ich da hin? Hm. Ich muss mir dafür irgendwas anderes einfallen lassen. Okay. Jetzt ist sie oder er da. So. So. Einladung gesendet. Sehr schön. Siehst du, einmal geschafft. Das passt. Guti. Fein. Ballstufe 1, 2 und 3. Und du kannst dir auch über Twitch, wenn du verbunden hast, kannst du dir auch so'n schicken Skin abholen, wenn du fleißig den Stream meines Chefs anguckst. So. Dann lass mal gucken. Krieg ich ein Schaden. Äh, Großschwert hab ich drin, da kann ich schon mal direkt ein Rotten rausnehmen. Ich hab auch Blitzschlag. Und, äh, zwei ätherische Schilder. Okay. Skyli. Ähm. Vielleicht den killen oder so mit deinen taktischen, was fünfe ist, fünf Leben hat. Du denkst gerade, die sind alle Rotten, ne? Ich weiß das. Was? Bin mir dessen zu 100% bewusst. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Fünfe kill oder einen Rotten. Was? Skyli kannst du bespüßen. Den auch, ja, hat den gekriegt, okay. So, mach ich den hier. So, stopp. Skyli, dann mach ich den erstmal doods. Okay. So. Dann krieg ich überall Schaden, das will ich nicht. Den kriegst du keinen Schaden, das ist kein Rotten. Ja. Mach ich nur einen Schaden, dann mach ich zwei. Hm. Suboptimal. Ist doch ausdorffähig. Dann machen wir den killen. Ein wunderschönen guten Tag, Trestos. Ein wunderschönen guten Tag. Auch neu dazu gekommen. So. Ich glaube, ich habe wieder was freigeschrieben. Ist alles. Ja, ich habe mein Warrior Outfit. Ja, machen wir es so. Jawohl, nice. Ich, 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 ich habe mein Warrior Outfit. Also ihr könnt auch Skin-Punkte, also Skins bekommen, wenn ihr die Twitch-Warte verfolgt. Und dann könnt ihr dann bei Twitch diese einlösen. Hm. Wir haben jetzt gerade wieder eine neue Runde angefangen. Ich weiß gar nicht. Im Allgemeinen würde ich eigentlich sagen, machen wir uns bisher so mittelmäßig. Äh, mal gehen weg. Aha. So. Was? Also das ist jetzt unsere allererstere Dreier-Runde. Der bleibt dort sterben. Webs. Wir spielen als Quark, drei, zwei und eins. Äh. Für jede Spielung ist hier ein zusätzliche Karte. Das mache ich mal den hier. So, wo hast du denn den her? Oh, beide, beide sind nicer, nicer. So, ich nehme den. Okay. Schön genug. Äh. Wollen wir mal kurz gucken. Äh. Vielen Dank für den Follower. Ah, ich habe keine Ahnung. Fakt. Ich habe keine Ahnung. Ja, vielen Dank. Mhm. Einfach freigespielt? Das ist... Das ist geil. Eine fehlende Info für mich. Ich will wissen, wie und wo. War es einfach freigespielt. Gut. Achso, du meinst jetzt meine Ritter war random und normalerweise hast du, äh, das hätte alles mögliche sein können oder was? Hä? Ne, bei mir war ja auch erst Ritter, dann Magier und dann Schurke. Aber ist egal. Einfach weiter zu gucken und dann kriegst du es. Ich hole mein Internet jetzt weg. Äh, Stream RIP. Ja, war das? Ob er sich nochmal gefangen kriegt? Aber dein Stream läuft doch. Ja, ja, alles gut. Ich, äh... Äh, das ist jetzt mobiles Internet. Das ist eine Katastrophe. Hahaha. Ach, okay.